Ich würde sagen, let's go Loni. Auf dem Berg. Let's go. Mein Gott. Der Osten, Ahtar. Genau. Und 14 Sekunden. Wir müssen 13 Sekunden auf dem Berg sein. Damit wir genau drei Minuten haben. Ja, auch wenn nicht die paar Sekunden. Ja, die können auch schon ein anderes Reißen, weißt du? Naja. Ich hoffe, die Zone spielt alles mit. Tipp, lass dich komplett runterfallen. Und benutze ein Stück die Seilbahn. Ein Stück schneller, weil du nicht mit Gleiter fliegen musst. Als Beispiel. Ja, ja. Das ist schon over, over. Kiste. Und Grappler. Nein. Ich dachte, du bist dann vorbeigelaufen. Nein, ist egal. Wir sind gegeneinander, Digga. Du musst gewinnen, ne? Du brauchst verwendet und so einen Scheiß. Hier ist eine Kiste drin. Ich würde die dir auch lassen. Ja, ne. Oder als ob du diesen miesen Brise machst. Warum? Das war nicht Teil der Regel. Teil der Regel war das zu machen. Alles klar. Okay. Ich bin auch los. Aber schön am Rand gehen, ne? Ich fliege gerade am Rand. Okay, let's go. Du kannst ja niemanden offen lassen. Du siehst ja, wo ich lang fliege. Naja, ich muss ja auch. Weil ich mich halt dementsprechend am Rand die paar Kurven dann mitnehme. Oder halt auch drei mit den Kurven. Ja. Darf ich nicht über das Map fliegen eintreten? Naja, am Rand würde ich sagen. Am Rand vielleicht auch. Okay, dann muss ich gucken. Ja, also so ein bisschen am Rand. Du musst nicht ganz am Rand. Dank für die Leute, die jetzt das Video sehen und sich denken, hey, was macht ihr da? Versuchen gerade einmal, um die Map mit dem Flugzeug zu fliegen. Krench Royale, sag ich jetzt mal. Seinen Namen spreche ich mal so aus. Hat auch mal ein Video dazu gemacht. Ich fand die Idee eigentlich ganz lustig. Und ein Abonnenter hat es auch geschrieben. Und deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus. Na, 2 Minuten 40. Arsch, das war. Oh nein. Wenn das jetzt eine Minute... Oh, Digga, der wird knapp, Digga. Ich glaube, da hast du besser schauen, weil ich sehe gerade, dass die Zone nicht bei mir ist. Das heißt, ich muss dann auch wieder runterfliegen. Beide gleich schnell, oder? Bis jetzt? Ja, einigermaßen auf jeden Fall. Also ich habe Verbände. Hast du auch was? Äh, over, over, over. Oh mein Gott, das heißt, ich könnte das gewinnen. Das heißt, du könntest das gewinnen, weil ich war mir nämlich dann... Ich wollte nämlich die Zeit instant nutzen, weil das bisschen kann es ja später reißen. Und du wirst es auch schaffen. Ich kann ja auch sagen, wieso. Weil du hast nämlich jetzt... Weil ich bin nämlich rechts rumfliegen. Oh nein, ich werde abgeschossen. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Glück gehabt. Hm? Oh mein Gott. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde einen Verbrüder auf die Frist noch mal kriegen am Ende. Und wäre es wahrscheinlich etwas vor knapp, nämlich scheitern. Aber wenn ich es bei dir schon so höre, dann schaffst du das wahrscheinlich. Du hast die Besserung, was einfach links rumgegangen, nicht wieder einfach rechts rumgekommen. Wortwörtlich. Und wenn die Zone unten ist, egal, dann bin ich jetzt schon, glaube ich, tot. Ja, wir haben ja gesagt, verkehrt, oder? Ja, ja, deswegen ja, aber ich wusste ja nicht, wo die Zone ist. Ich habe jetzt nicht oft. Ich auch nicht, ich bin einfach losgekommen. Aber gar kein Problem. Ich werde die Herausforderung auf den Bahn nehmen und werde die jetzt auch... Ja, wir sehen uns gleich. Äh, das sehe ich schon. Oh mein Gott, sieht so lustig aus. Aber es ist echt schnell, Digga. Digga, das ist ein anderes Flugzeug als euch. Ey, guck mal, da fährt jemand neben mir. Ich habe das Modell X8 und du hast das X-Tima, Digga. Ich habe die neueste Version und ich habe Upgrade installiert vorher. Kurz vorher so ein Windows-Update, hat 200 Jahre wieder, aber da ging ich schnell. Schummler. Ah, das ist was für Schummler. Guck mal, da baut einer. Erstmal kaputt schießen. Erstmal schön abpacken. Aber guck mal, ich habe jetzt 80 Leben. Und guck mal, wo ich noch fliegen muss. Oh, das ist so knapp. Guck mal, wie beide. Bist du in der Wüste vor den Bären gelandet? Oder vor den Bären? Ich bin komplett hinterher rum. Ja, Mann. Ich auch. Ja, klar. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga, wie knapp das ist, ne? Digga, ich habe 33 Leben. Ach, kein Auge. Auf ehem. Ich springe jetzt auf deinem Flugzeug. Ja, guck mal hin. Oder? Ich habe das für euch sogar noch zu landen. Oh, mein Gott. Guck mal hin. Nein. Ich habe noch 15 Leben. Nein. Oh, Bruder. Verweckte Landung. Nein. Halt's auf. Halt's auf. Halt's auf. Ich habe 8 Leben. Halt's auf. Du gewonnen hast. Drei, zwei, eins. Und just. Komm, wir spielen weiter. Vielleicht schaffen wir noch. Also, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Easy, würde ich sagen. Challenge accepted. Challenge gemacht, auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir noch ein Sieg-Coin, Digga. Das wäre jetzt perfekt, Digga. Dann bist du wohl. Hä? Geh doch mit flücken. Steig auf. Ja, wo hatte ich gerade? Habe ich auch gerade easy gemacht. Neu. Zone. Na, guck mal unter uns. Gegner? Das sind Gegner. Ja, rechts. Nein, nein, können wir. Wir haben nichts zum... Wir müssen hier rausspringen. Ich habe eine Waffe. Ich habe gar nichts. Ich brauche wenigstens eine. Ja, wir machen das. Wir holen ja jetzt einen Sieg. Pass auf. Ja, der wäre nice. Ich habe es erstmal geschafft. Ich bin nicht richtig... Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt noch schaffe. Wie du einfach gewonnen hast, ne? Und das Ding ist, ich bin ehrlich, ich bin ein paar Berge, weil ich nicht gewusst habe, davor geflogen. Nicht da hin. Der hat es einfach vor mir noch geschafft. Weiß ja nicht, ob das was bringt, wenn ich dir dementsprechend irre. So, wir sollten aber erstmal los jetzt, die Zone. Und ich will hier noch einen Win haben. Oh, Minis, Digga. Perfekt. Hast du noch ein Flugzeug? Nimm mal mit. Wo ist denn das? Ja. Was ist denn hier geparkt? Ah, Bruder. Harte mal, ich habe es gefunden. Ja, ich laufe schon mal vor euch. Ich habe keine Bock auf Schaden. Schießt du? Ja, ja, ich muss glaube mal die Wand direkt donnern, ich komme da mit dem Flugzeug sonst nicht raus. Hab's aber. Alles gut. Ja, Baumaterialien ist gut weiter. Wow. Wow. Ey, da oben liegt was drauf, ne? Ich will das haben. Oh mein Gott, Mann, Digga. Goldene Seiten, ne? Komm. Die ganze Taschenburg, als ob die einer liegen lässt, Digga. Entspannt. Komm, 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 komm. Ja, groß, Bruder. Oh mein Gott, let's go. Ey. Nein. Alter. Ja, ich habe ihn. Oder? Der ist aber nicht gestorben. Der sitzt im Baum. Ich sehe, im Baum sitzt. Da sitzt da. Da sitzt da. Da sitzt da. Da ist ein Zonschaden. Ich kriege ein Zonschaden, Digga. Oh mein Gott. Hit. Da steigt das Flugzeug. Lecker. Das sind wir uns hier jetzt. Aber lassen wir. Nein. Ich helfe dir mit. Ich habe keine Muni mehr. Ja, Schroffelte, Bruder. Ich schieße einfach auch noch. Ich schieße. Das ist das für eine Brunde. Keine Muni mehr. Oh mein Gott. Zone, Zone, Zone. Hier unten. Oh mein Gott, lass mal hinten. Ja, yo, ich komme. Ich komme. Ich bin mir irgendwas verbändemäßig. Ich habe noch zwei. Ich gebe dir. Ich gebe dir. Den kann ich dir. Ich gebe dir. Oh, hier sind wir auch noch Minis. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Hier. Verbände. Hier unten sind nämlich auch noch welche. Ich brauche noch ein Mini. Digga. Oh mein Gott. Ja, der reicht ja. Komm, gib dem. Oh, Digga. Was ist das denn? Digga. Jetzt noch ein Win. Der war sexy. Digga, der wäre richtig schmau. Oh, noch mal Verbände. Brauchst du was? Ne, ich bin komplett. Ich habe noch drei. Zählen aber aus hier mit, genau, Frauen jetzt erstens. Und wir bräuchten, also ich brauche AR Munition. Ich habe gar nichts. Ich habe 62. Ich habe auch nicht viel. Also ich kann dir gerne was geben, aber vier habe ich auch nicht. Guck mal vor uns. Loot. Wo? Hier. Äh, W 268. Oh mein Gott. Alter, das ist eine Kugel. Digga, damit könnten wir in der Endzone, ne? Könnten wir echt was reißen. Kannst du die mitnehmen? Ja, ja. Ich habe noch Platz. Hier sind noch mal Verbände. Die nehme ich auch noch mal mit. Hier oben ist auch eine Minigun. Falls, ne? Ah, ne. Bedarf steht nicht. Vielleicht sind 20 Schuss in der Waffe. Aber ja, deshalb gar keinen Schuss. 12 Gegner noch. Gegaunert, Alter. Noch mal Verbände. 30. Ah, hier sind noch mehr Verbände. Kannst du die mitnehmen? Ja. Dann kannst du die auch noch mal alle mitnehmen. Die sind hier. Hm. Seht schon, alles gut. Ah, das sind Gegner. Wir müssen uns beigen. W 268 sind geneigt. Und die hier in der Luft. Ah, die siehst du ja. Voll. Ja, ja. Okay. Ja, zwei Leute. Oh, die haben Minis. Oh, die haben Minis. Oh, schade, Digga. Wir haben eigentlich gar keinen Minis. Ich hab 30 Schuss im Magazin. Und das war's für mich. Digga, was ist denn hier los? Hey, halt mal bei so'n Baumfall. Mir fehlt noch einer für eine Aufgabe. Einer fehlt noch. Hier. Hier vorne. Geradeaus zu reichen. Danke. Oh mein Gott, wo sollen wir hin? Ich weiß nicht, wo. 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 Da hatte ich den Gegner. Ich wollte gerade Pumpe, Digga. Oh, oh, oh. Digga, nach vorne. Medi. Holy shit, Digga. Nimm das. No. Hast du mir noch einen? Nimm du, nimm du, nimm du. Kann ich hier gucken. Oh, hier sind Gegner vor uns. Digga, das sind zwei. Bist du Hacke? Kann ich lesen, Digga? Hier, nimmer. Digga, du ruhig jetzt. Ja, hab ich nicht gewusst. Hab ich nicht gesehen. Unter uns sind zwei, ne? Vor uns geradeaus zu sehen. Auch noch ein paar Mädchen. Auf 1, 8, 7. Wollen wir das nicht. Oh, oh, Zon. Oh. Digga, wie weit geht die denn? Nein. Noin. Oh mein Gott. Oh, Bruder. Ah ja. Alles klar. Noin. Noin, Digga. Nein, er hat mich. Oh mein Gott. Digga, was geht? Geht hier ab. Ich bin ganz unten. Ja, ich guck gerade erstmal, wo die sind. Einer ist unten. Oh mein Gott. Ja, die auf den Berg schießen auch noch auf mich. Oh, Digga. Ja, dann komm runter. Ja. Hier unter der Wand bin ich. Ganz unten. Ja. Schaut irgendwo raus. Hinter der Wand, alles klar. Hier, hier unten. Runter da. Ja. Genau. Ja. Oh mein Gott. Oh, Digga. Deine Hörer sagt Bescheid. Rift. Mach ich. Du machst gleich Rift? Ja. Kannst du dich vor ihr heilen? Hinter dir. Nein. Nein. Er hat mich auch noch. Oh mein Gott. Das war so knapp. Digga, wir sind in den Top 5 trotzdem. Egal. Und Helmy. Ja, Digga. Da war ich echt sehr erstaunt, Digga. Und dann beinahe noch ein Sieg geholt. Die Gründe genau. Hier noch beinahe ein Sieg geholt. Ganz knackig. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen auf und Aude. Checkt Marvin auf jeden Fall ab. Das war auf jeden Fall eine lustige Runde. Wenn ihr noch mehr so eine Ideen habt, schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Marvin hat das Schluss heute. Tschüssi. Tschüssi.